Herzlich Willkommen im GB Delikatessen. Ich bin der Herr Baida, der Inhaber von diesem Laden und würde Sie gerne herzlich willkommen heißen hier in unserem außergewöhnlichen Shop. Wir haben in verschiedenen Aufmachungen, wir haben sehr schöne ausgesuchte Raritäten an Whiskyflaschen. Wir haben einen begehbaren Humidor, wo ich der Meinung bin, ohne weiteres jeden Charakter bedienen zu können. Vom Honduras angefangen bis zum Domreb, von Nicaragua bis zu Kuba haben wir verschiedene Zigarrenformate, Größen, jede Menge Auswahl. Wir haben sehr viele sehr schöne Backmischungen, Gewürzmischungen, sowohl für den normalen Gebrauch, aber auch als Geschenk, weil die Sachen sind sehr schön eingepackt, sie sind in sehr schönen Flaschen oder in sehr schöne Holzkisten eingepackt. Das könnte man theoretisch und praktisch ohne weiteres als Geschenk eins zu eins weitergeben. Auf der anderen Seite haben wir hier sehr viele Teemischungen. Für einen Nicht-Tee-Fachgeschäft, sage ich immer so schön, haben wir über 60 Sorten Teemischungen und ich glaube, hier in diesem Laden sind Sie mit Sicherheit für alles, was Sie machen möchten, richtig. Ich freue mich, Sie in Kürze hier sehen zu dürfen.